Das Julius-Kühn-Institut in Quedlinburg bringt seine Forschung jetzt leicht verdaulich in die Innenstadt. In den nächsten zwei Jahren bezieht es leerstehende Gewerberäume und füllt sie zeitweise mit Wissensläden. Der erste öffnet morgen zum Thema Wald, sagt uns Isabel Haberkorn vom JKI. Also wir wollen eigentlich den Wald mit allen Sinnen erlebbar machen. Man kann ihn schmecken, man kann ihn hören, man kann ihn riechen, man kann ihn anfassen. Kinder können was gestalten, was malen, sich Schädlinge anschauen. Man kann den Wald im Umbau erleben. Für den Umbau braucht es auch das unbeliebte Totholz, weil es neuen Tieren Lebensraum bietet. Dadurch entwickelt der Wald sich von einem menschengemachten zu einem natürlichen. Wie der in Zukunft aussieht, können Besucher dank eines Modells schon jetzt sehen, erklärt Dr. Sophie Erhard. Also wir scannen erstmal jetzt den Wald ab, wie sieht der jetzt aus. Und das Ganze wird unterfüttert mit Messungen, die wir parallel im Wald machen, also mit Messgeräten an Bäumen. Und die senden dann direkt immer ihre Daten in das Modell. Dann haben wir also den Jetzt-Zustand und wenn wir dann verschiedene Klimaszenarien annehmen, können wir diesen Wald quasi in die Zukunft schicken und schauen, je nachdem, wie das Klima sich entwickelt, welche der Baumarten, die da jetzt stehen, dann zu diesem Zeitpunkt noch überleben können. In die Zukunft des Waldes schauen können Besucher aber nur morgen und übermorgen in der Karl-Ritter-Straße zwischen 8 und 18 Uhr. Dann ist der erste Wissensladen wieder weg und der nächste wird geplant. Aus Quedlinburg, Svantje Langwisch, Radio SAW.